Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge an Kraft Technik glaub so hat man's genannt ist egal und der Chef die ist auch mit da und und der Mischkäfer der Mischkäfer ich bin grad eben hier auf dem Gleis verreckt ja da kam nie auf dem Gleis sondern der Zug kam graus aber tot genau ich würde sagen wir gehen mal nach Hause wir haben uns ich sage wir haben uns besprochen ich habe es gerade besprochen wir haben gerade so kurz vorweiter nachgedacht warum er jetzt eigentlich wir haben uns besprochen ah mit der haben die Ehre ähm für das Portal haben wir Aroma Aroma Portal vor dem Programm oder glaube ich also wir wollen quasi die Mining Welt mal erstellen weil wir brauchen ja auch wegen gewissen Erzen mehr Krups zum Beispiel und auch so welche Krups war ja genau diese komische Erzlange ja brauchen wir jetzt Dummbricks so jetzt schauen wir an Chef die beim Kraften zu das war ja wie ein Neta Portal glaube ich ja wo bauen wir das hin unten irgendwo oder Keller hier unten hin ja so im Keller des Kellers ja schon noch eins breiter aber egal ah ja dann wollen wir nach links werden ich hab da schon aufgesteckt da hat sich viel großen Neta Portal gebaut hier ja du bist eben schon etwas älter Chef hier und da vergitzt man das ein oder andere übertreibung da brauch ich noch drei Blöcke eigentlich nur einen weil die Ecken müssen nicht unbedingt sein obwohl hier keine Ahnung ich glaube nur bei Neta Portal nicht weiß es ja selbst nicht mehr ich hab doch auch keine Ahnung ich und er ich und er ist ja heute habe ich es ein bisschen ich werde krank deswegen du wirst krank du bist krank schon die ganze Zeit yeah wollen wir es wagen du musst da was nicken wow ach jetzt macht er heavy master das Portal reingehen und sneakern dann dies erst durch Portal ja jetzt er hat es irgendwie nie hin nie hingekriegt ich bin zwar die ganze Zeit reingestellt ich fall gerade durch die Welt und wer jetzt gerade wieder bei dir du bist auch wieder bei mir geh du mal Tag wo du rauskommst wieder hier ja er tut das Portal und dann tut er uns wieder zurück irgendwie und keine Ahnung geht irgendwie nicht oder ich hab's jetzt geschafft du musst doch ganz kurz äh stinken ja wahrscheinlich weil er dann wieder zurück will gell ja kann schon sein ja ja ach die heilige Mutti ja die habe ich ja wohl schon ein paar Mal gesehen die Höhle also was die Höhle ja einfach so gesehen eben so aber so schnell hat er sich ja nicht teleportiert du kannst ja beim Laden kannst du diese Welt schon mal abblicken so dann mal ein Wigbockt Wigbockt äh New Rot Stiff wir haben ja eine neue Version bekommen von Jory Map toll ist ja schon wieder eine neue raus habe ich eben kurz gesehen ich weiß auch nicht ich bin grad noch nicht wieder dran ist grad erst mal Montag ähm geh mal im Norden richtig im Norden mal naja da kann man ja nicht fliegen hahaha ob wir hier irgendwo herum kannst du nicht fliegen ne so wie in hier im Creative naja Krabi ist gut bei der Krabi ist gut hast du dich aufgeregt wegen dem Fliegen und Creative im Siegkraft wach war's die ganze Zeit ja aber im Siegkraft ist eben genau grad öps ich glaub da wird man kein Öl finden hier in der Welt ja denn wir brauchen ja für unsere Raketen Öl und ja in der Welt ist ja gar nichts in der doch Pflanzen ja davon jede Menge und Tiere Tiere so du bist tot ja bis er muss brutal rum im Kreis laufen mal gucken ob wir da was finden ja ich werd dir hinterherlaufen ist auch sehr effizient ein paar weiße Bäume haha jede Menge schwarze Pflanzen ja dann wird nix bringen aber wir müssen mit Bienen arbeiten für Öl was wir gesagt haben was wir gesagt haben nur das haben die Schulschaner auch noch nicht gewusst wir haben jetzt extra weil wir quasi der Vermutung sind wir wollen ja in unserer normalen Welt nicht so rumlaufen wegen zum einen ähm soll die auch nicht so unbedingt sehr groß werden die sind schon viel zu groß weil je kleiner die Welt desto flüssiger läuft natürlich und desto weniger hat das aber Auslastung und das Backup ist kleiner genau weg da nicht zu extrem äh und was war's noch? ach ja stimmt also äh ja dieses Reston Remain haben wir noch drin und Remain in Motion also wir haben jetzt quasi paar neue Mods reingepackt zum einen Binimods für das Bienenzüchten also da gibt's erst Ölbienen es gibt's ja normalerweise nicht diese Viecher dann haben wir noch Remain in Motion drin äh äh nur ein bisschen besser gestellt ja um das für die Leute äh weil das sollte man ja dann schon irgendwie kennen ähm ja ja wer weit war nicht kennt der soll lieber auch für Minecraft zu spielen ne ja Minecraft ich finde wo man alle Minecraft-Spieler anschaust ich glaube wenige kennen davon he Minecraft moddetspieler ok also ich glaub das sind wir jetzt genug rumgelaufen und bis jetzt nicht wirklich was gefunden so was hat man noch Neues reingetan äh sonst eigentlich nix wir haben zwei Labertümpeln wir haben aber nicht auf der Welt da so ja wir haben Tümpeln und Stümpeln Tümpeltümpeln stümpeltümpel du Julu Ja weißt du was wir noch für ein Problem haben was ich soll ich dir echt sagen Ja wir haben jetzt da wo die Stühle drauf aber denn noch fehlen uns den ganzen Hives und wir brauchen eine Bigne noch ja aber letztendlich warte mal wir haben ja auch in der normalen Welt noch Heiz ja aber da haben wir nur den normalen und nicht die erweiterten warum unbedingt die erweiterten ja weißt du ja du brauchst ja noch die Rocky Bienen und den ganzen Kack da noch ja ich weiß ja nicht hm ich weiß nicht ob die da in der Welt sporen glaube ich bin jetzt aber noch kein Bild gefunden weil die auch keine Bäume sind dann müssen wir eben irgendwie versuchen äh und eine zweite bekloppte Welt auf dem Server zu kommen ja nur wie was unser Problem ist, wir haben keine Plugins, weil es gibt keine Kombination von Mods zu Plugins und wäre das ja kein Problem so jetzt wir werden das nochmal mit Multi-Word versuchen ich hab da was gesehen, dass wir das einfach nur falsch genutzt haben vielleicht genutzt haben wir haben ja schon bei Bill was rumprobiert müssen wir also auf jeden Fall mal schauen vielleicht finden wir dann auch noch einen anderen Mod der das kann ja oder vielleicht habt ihr noch Ideen zufällig dann ab sofort in die Kommentare eure Hilfe ist wie immer ja verankt wir haben das vorne in die Kommentare bisher hatte ich dir was sehen Gudi Gudi bringt uns die Mining-Welt was? da müsste es jetzt dieses Erz geben für McGill Crop sollte damit McGill Cops können wir da auch Öl herstellen? Nein äh nicht dass ich wüsste was heißt das eigentlich dann los? ja also in der Richtung bringt uns nix wo bist du jetzt eigentlich wieder? so aus so aus ja hm das heißt es hat uns jetzt eigentlich die Welt gar nix weitergebracht naja wir haben jetzt erst mal meine Welt und teuer war das Portal jetzt auch nicht wie das nicht ja äh wie sieht's denn aus mit äh es gibt ja nur von extra Utilities ähm warte mal kurz ähnl extra Utilities ja das ist ja alles unterirdisch ja am Prinz und das auch nix ja dann hm also die Dings müssten drin spawnen diese Rocket Beans die müssten da drin spawnen soviel ich weiß naja nee ist das ja trotzdem keine Lösung für unser Problem ich würde fast behaupten nein das keine Lösung ist weil eine Bienensorte bringt uns ja dann auch nicht wirklich weiter ja aber es bringt uns schon mal ein bisschen voran ja ein bisschen aber letztlich brauchen wir viele ja können wir noch nur nur sondern UiL ja es eigentlich gibt's wirklich wohl die Möglichkeit über Bienen Öl Refinet ok wie braucht ihr das und und Primär und Ozen das ist die Industrie die schaut man so auf und die Öle ja mal das sind schon die erweiterten Ozean das ist im Wasser die 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 das du denn Das ist wirklich das Problem, das weiß eigentlich keiner. Er hat zwar unsere Johnny-Maps, aber letztendlich ja. Aber wir könnten halt einfach riskieren, dann irgendwo hinlaufen, dass wir immer in eine Richtung laufen, du hast einen Flag uns aussuchen und dann später den Flag resetten. Ja, dass wir jetzt einmal hier, wenn wir hier sind, in Richtung Norden laufen und dort ein Gebiet machen, dass wir immer in den Kreis fliegen, dass das nicht, dass wir jetzt nur ein Punkt werden, um die Biene zu finden. Ja, wie machst du das jetzt mit dem Resetten des Flags? Ja, du kannst ja mit World Border, kannst du die Web kleiner machen wieder. Ach so. Muss man aber aufpassen, denn der End ist aber schon so weit tausend Meter. Ja, deswegen müssen wir in die Richtung auf tausend Meter. Ja, dann machen wir uns weiter Wegpunkt. Wir sind eigentlich nicht zu weit, eigentlich stimmt. Laufen wir einfach ein bisschen nach Norden, da will man schon ein paar Biene finden. Das ist doch egal. Die Welt ist eh. Die Welt ist eh. Die Welt ist eh. Die Welt ist eh. Jetzt gibt es auf der Schäfte. Wegpunkt? Wegpunkt. Dings ist voll aufgeladen und will Essen mitnehmen. Denn wir machen jetzt eine lange, lange Expedition. So, und wir bauen auch unbedingt noch Scoops. Das stimmt, da können wir ja gar nichts abbauen. Ich gehe wohl mit dem Vaira, glaube ich auch. Aber darauf verlasse ich mich jetzt nicht. Ich ehrlich gestehen. Da können wir ja Vaira bauen. Golden Bag of Holding, boah ich auch noch. Hast du noch nicht? Deinen zweiten, wo ich die Biene noch reintu. Das stimmt, das wäre auch nur eine Option. Ich habe wohl einen, wo ich mein Werkzeug drin habe. Aber da möchte ich nicht gerade ein ganz anderes Zeug rein tun. So, die Wrench werde ich nicht brauchen, Dolly werde ich nicht brauchen, die Sichel werde ich nicht brauchen. Ich brauche Haufen nicht, aber letztendlich. Man schleppt eben alles witzig rum. Man müsste mal hier aufräumen. So, Steine, Holz, Dings, Kisten, Minecart, Schilder. Ja, graue Farbe brauchen wir gar nicht. Alles aufladen. So. Schüssel muss ich auch nicht gerade mithaben, das. So. Dann tun wir dann noch die Scoops rein, dann noch das. Bitte Nahrung, die Verpflegung. So den Rest an unnützen Kram schon was wir einfach da rein. Ein paar Fackeln noch. Ohne zu fackeln, geht's hier voran. So. So. Hat das alles... Wie viel Scoop hast du jetzt? Äh, neun. Ich nehm auch noch ein paar mit, ich hab nur drei. Ich dachte zumindest neun, jetzt hab ich nur acht. Mal. Wird schon rei. Gut, Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir schauen, ob wir irgendwo dort oben im tiefen Norden der Wälder Bienen finden werden. Genau. In diesem Sinne. Macht's gut. Und haut rein. Tschüss. Und da alles. Gad général der Wälder bien. Herrs am.